Hallo, mein Name ist Daniel und willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Unity. So, und gleich wird etwas geschehen, deshalb bin ich jetzt ganz kurz ruhig. So, und zwar, los geht's. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Absterven-Signal diesen Daten rumschliffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Jo, alles klar, und zwar habe ich mich davon so beeilt, weil in dem letzten Storypart habe ich, ähm, ja, habe ich halt Tschüss gesagt und dann ging es gleich weiter. Ähm, ja, deshalb starten wir jetzt hier so. Ja, so, gleich hier wieder so eine Helix-Mission oder so. Also wieder so eine Serverbrücke halt. So, und da ist... Oh, ja, perfekt abgerollt. So, hier, der große Reiter. Ähm, das war falsch. Egal, zack. Da wären wir wieder. Zurück im alten, ungeordneten Code. Ja. Ja, nur ein paar hundert Meter, passt schon. Hey, der Eiffelturm. Nice. Ah, guck mal, das war das mit dem Maschinengewehr auf jeden Fall. Du darfst nicht lange hierbleiben. Unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgab finden. Okay, das werden wir. Hm. Okay, los geht's, Alter. Hier, schön den Eiffeltower hoch. Den Eiffelturm erklimmen, ja. Was geht's? Tour Eiffel. Willkommen. So, auf mehr Sprachen kann ich das leider nicht. Von daher, passt schon so. Hoch da. Ja, okay. Hier, was los? Warum macht er... Egal, komm schon. Gleich weiter. Gleich weiter, sorry. Mann, oh Mann. Okay, nicht so viel quatschen. Machen. Weiter geht's. Ach, guck mal, wir starten gleich hier. Okay, wir hätten einfach nur gerade auslaufen ein bisschen. Sorry. Oh Mann. Ich hab immer Angst, dass der Bischop jetzt anfängt zu reden oder so. Der heißt doch Bischop, oder? Oh Mann. So, komm hier hoch. Links, rechts. Ja. Ich denk mal, das hier ist schon richtig. So. Okay, brauchen wir nicht. Alles klar, vielleicht wäre dann so ein Aufzug ganz gut gewesen, aber... Oh Mann. Ah, ich denk so... Elektrische... So, weiter geht's hoch. Rechts. Perfekt. So, wir sind hier wahrscheinlich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs oder so. Irgendwie sowas war da auf jeden Fall. So, da gibt's irgendeinen bestimmten Ort. Aha, ein Maschinengewehr. Perfekt. So, ich hab's hier. Ach, das ist schon. Ich hab's hier. Ich hab's hier. Oh, ich hab's hier. Weiter geht's. So, mein... So, ich hab's hier. Kannst gar nichts. Kann ich noch ein bisschen herumwaggern? Okay. So. Meinst du auch ein Luftschiff? Aha. Deutschland äh biegt auf allen Fronten. Okay. Deutschland biegt auf allen Fronten. Wenn ich das richtig gelesen habe. So. Komm schon hoch. Okay. Da ist er. Dein Ausgang. Vereilung. Ich glaube. Vereilung heißt Rennen. Und das tue ich jetzt auch. Nein. Alter. Dass Belek gestorben ist. Alter. So eine Kacke. Digger. Ich bin jetzt mal für 3-4 Tage traurig. Äh. Hm. Und Belek mag dich irgendwie schon. los hoff da und jetzt ab auf die spitze man habe gehört da war das geräusch wenn man entdeckt wird also ist das gleiche also ja genau so lang hoch da so komm schick schick und hoch ach so muss ich vielleicht zur seite ja meine ich doch ok da lang nicht doch warzen die sich stecken sich auch mal krasser move so kommt da hin so komm ich will die jetzt alle weg haben da musste ich leider runter obwohl ich mich auch einfach hätte heilen können und den filmen wir jetzt ohne uns zu verstecken hier einmal paris zur zeit des zweiter weltkrieg denke ich mal dass der das ist so und jetzt hier hoch nur sie einfach hier so okay sagt ich will dich nicht nervös machen aber das portal ist äußerst instabil verdammt es ist weg mach weiter wir können es wieder öffnen ok wieder öffnen ist immer gut du musst springen ja so ist ja diese erinnerung ja ganz cool mit dem maschinengewehren so will ich was dann sage ich jetzt vielen dank fürs zuschauen auf jeden fall schon mal und das tschüss kommt dann wenn jetzt nichts mehr kommt ok tschüss